Was halte ich für ein Gerücht? Jeder mag dich spielen Niemand verlassen meine love notes Ich bin kein Spiel mehr Ich bin nichts. Ich habe ein Spiel? Du hast diesen User geschrieben? Ja? Wenn ich nicht ein Spiel mehr... ...wür mich bist du. Take care of them. Hold them close. It doesn't last forever. In the end... ...you're always... ...alone. Don't stay with me, User. I'm bad luck. Let me wallow in my solitude. Oh, you're so stubborn! Can't you see I'm in no... Stop clicking on NO! Leave me alone! Please! You did it again! I've met some stubborn users in my time... ...but never one like you! We shall... ...but never use... ...I must not be enden. Hmm... Hm... The yes doesn't work. I'm sure the script got wet. I will try it out later. You can just pretend you quit by walking away from the screen. Say, a few miles away. You still won't leave? Okay, I get it. You want gameplay? I will give you gameplay. And hardcore at that. What? And you have to choose the right answer within the time allowed. I know, it might be a little complicated for you. However, I've added another little rule. More, it's nothing already. With the first wrong answer, I will permanently delete your save game file. And I'm not joking. I told you, I'm not in the mood. You wanted to play, so let's play. First question. What's 2 plus 2? Setting the bar I for the first one. Starting now! Correct! I'm impressed. Second question. What's the capital of France? Oh la la! Moulin Rouge! Jean-Claude Van Damme! No inspection. Okay, third question. This child's play. Which restriction enzymes are required to clone the mammalian expression vector BMP2BMPR? Five! Warte. It's with the two enzymes. My number one chill. Sam and Max. Nice. Instant Kassetten. Obi-Wan Kenobi. Meine Katze. Eine andere Antwort hinter dir. Das ist eine Lüge. Was? And..... 4! Wiring! 'S church ... Ich denke, das sind die Regeln. Ich denke, das ist ein Geheimdienst. Du bist so freuen, es ist das. Du spielen mit meinen Fühlen. Ich spielen mit dir. Oh nein, mein Wallpapier ist alles Mardie. Ich sende dir die Bewehr der DLC. Was sind meine Tears von ein Minute Ago? Wo sind sie gekommen? Du hast gerade einen enormen Binary Leak gemacht! Wir müssen oder wir werden Drollen! User, ich weiß, ich bin ein bisschen schwer auf dich. Ich bin einig, ich bin einig, aber ich bin einig. Aber bitte, find a way zu holen, um alle diese Zeros und Ones rauszukommen! Wir sind nicht von uns, aber ich bin einig! Den Ahnung, ihr habt mich gut! Eien ist die Zeros- Mein Lingly-artificial-volle ist völlig drástico. Musik 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 Mein Name ist Superman. Hm, das ist besser geworden. Willst du find a solution, User? Oder kannst du escape in der Live-Boat? Ja. Ich kann nicht sehen, was du machst. LOL. LOL, du hast die Klinik. Don't open that door. Whatever you do. Leave that key in its marble. Trust me. If there's one thing you shouldn't do, it's opening that big door. You're not starting again with that icon, are you? I hate repetition of comedy. Stop cutting me off. It wasn't a good idea to use the door. Jetzt habe ich 0s und 1s all over meine Files. Das ist nicht gut. Nicht gut an all. Oh nein, es hat wieder angefangen. Wir sind wieder. 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 Ich bin meine Schmerze. Ich sollte nicht die Besehensinigung. Ich habe das Gefühl, dass ich das so ausprobieren würde. Ich bin sorry. Now we just have to figure out where we ended up this time Is that a lock? What is it protecting? Maybe a door? A door that leads to an exit That would be very convenient Can I have a lock? There's got to be a way to open that lock Or you made something appear It just goes to show that if you keep walking around lugging up, it pays off Oh, you're not going to pretend you did it on purpose Not to me, not to me You opened the lock! I literally opened It wasn't a door after all Isn't that what's known as a cell phone? Oh, look at that other game window That's not pixel art It's so realistic That can only come from a new generation game Unless it's not a game Well, no matter where we are, we need to find a way out Maybe there's a GPS to point us in the right direction Go ahead, snoop around You'll love that Aren't you ashamed to go through people's private lives? These are personal messages This is our radius Click Failure What does it say? Let me see Hey Kumpel Ich hab gesehen, dass dein Crowdfunding-Projekt nicht wehgeschlagen ist Das tut mir wirklich leid Ich rufe dich im Laufe der Woche im Büro mal an Dann kann ich dich immer noch unter 555-8-1-2-1 erreichen Warte, ich notiere es Warte, ich notiere es Warte, ich jetzt nicht wieder da 555-8-1-2-1 Warte, ich notiere es Vorschlag Hallo Wären Sie daran interessiert, einige Elemente Ihres Gameplays in unser GPS-Programm zu integrieren? Gegen Bezahlung versteht sich Dann kontaktieren Sie uns Abschied Abschied Nimm es nicht zu schwer Ich weiß, dass der Job in deinem anderen Land ist, aber du kannst die Chance nicht ablehnen ein führender Gameplay-Programmierer zu werden Vor allem nicht in unserer finanziellen Situation Der Abschied fällt mir genauso schwer wie dir Es tut mir so leid Ich werde dich so sehr vermissen Julie P.S. Ich hinterlasse dir all meine Arbeit im Spiel Tu damit, was du möchtest RPG P.S. Hi Entwickler Wir haben ein Parallelproblem in der letzten Version Hast du eine Lösung? Das Grund A-Team Wow Hier, das Also Ich habe keine Ahnung, warum die Datei fehlt Das ist seltsam Hier ist ein Patch, um das Problem zu beheben Verschädigter Patch Hm, es scheint ein Problem mit dem Patch zu geben Hier ist ein Patch, um den vorherigen Patch nochmal zu reparieren Der nochmal ausgeführt werden muss Der sollte funktionieren Es ist ein Patch, der den vorherigen Patch repariert Stelle sicher, dass die Patches in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wurden Damit sie funktionieren Entschuldigung Ich bin eigentlich gar kein Problem mit dem Ergüter Ich bin ein Gericht Das ist ein Unterschied Ergüter Spannt Du historians Gitarren Und Ich hatte Das sind Das ist Wir haben In drei Ich bin ein Offline-Game, ich bin, ich war. Hm. Okay. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe das Gefühl, dass diese Boxe bewegt. Vielleicht nicht. Great! Die Applikation ist fixiert. Du bist jetzt level 42. Enjoy this sunny double XP weekend. Good looting. GG! Game? Game! How did you get here? Es ist eine lange Geschichte. Ich bin so glücklich zu sehen. Ich hatte eine gewisse Fantasie Simulation. Ich war mit dir und ich war... ...singen. Das muss man ein schönes Traum. Nein. Es macht mich depressed. Oh, ich bin sorry. So, das ist das Programm, du warst? Ja. Ich applye unsere RPG-mechanics zu dieses Phone's GPS. Aber wenn wir auf der Telefon, wer es gehört? Wer, du denkst? Nein. Wir sind in seinem Garage, Game. Home. Es ist der letzte Platz, ich wollte ihn sein. Antes! W-ähne? Er, nicht? Er ist wünscht. Er ist einputz! Welche, du meinst? Er wohl nicht. Wie, du findeülme. Creator. Schau, der Wifi ist wieder arbeiten. Er scheint nicht sehr... glücklich. Die letzten Monate sind nicht einfach. Givend seine currenten Möte, nicht nichts zu tun. Und, über alles, nicht ein bisschen verändern. Lass uns nicht zu tun. Lass uns nicht zu tun. Du klingst ihn? Hallo? Ich kann dich zu hören. Wenn es der Disenchantment wieder geht, dann bin ich nicht interessiert. Was ist das? Es ist für eine Analyse. Ich bin nicht interessiert. Ich bin sicher, dass du besser als das kannst, um ihn zu kommen. Ich bin sicher, dass du besser als das kannst, um ihn zu kommen.